Unter uns, Folge 6668 vom 21. August 5 Jakob war schon immer davon überzeugt, dass Monis zwielichtiger Ex-Freund aus Las Vegas weiter krumme Dinger dreht. Nur Moni konnte er noch nicht davon überzeugen. Die glaubt weiterhin, dass Danny sich geändert hat und nur aus Liebe zu ihr zurückgekehrt ist. Da ergibt sich für Jakob die Gelegenheit, Moni vom Gegenteil zu überzeugen, er entdeckt Danny mit dem Mann zusammen, der Moni in der Nacht von Dannys Auftauchen im Innenhof überfallen hat und vor dem Danny Moni gerettet hat. Der Mann ist also offenbar gar kein Dieb, sondern arbeitet mit Danny zusammen. Geistesgegenwärtig nimmt Jakob ein Video von den beiden auf und zeigt es Moni. Wie die reagiert, ist oben im Video zu sehen. Wie die reagiert, ist oben im Video zu sehen.